Neue Infos, liebe Leute, zu Kapitel 2, Season 6, nach dem Intro. So, wir schauen uns das mal gemeinsam an, und zwar, hier seht ihr das, ich werde mich natürlich jetzt hier erstmal ausblenden, damit ihr das auch komplett lest, und zwar wollte ich gerade eine Pause machen, spielt das Nullpunktkrise Finale in Kapitel 2, Season 6. Kapitel 2, Season 6, beginnt am Dienstag, den 16. März, doch vorher möchten wir noch ein paar wichtige Infos mit euch teilen. Nullpunktkrise Finale, am 6. März starten wir in Kapitel 2, mit einem extra Abschluss der Erinnerung aus Season 5. So wichtig, Leute, mega, mega wichtig. Dieses Live-Event wird ein Solo-Event, das zeige ich euch auch. So, gucken wir mal weiter. Sehr wichtig, kein Sohn, das Montag-Finale erlebt ihr Solo. Solo. Egal, wenn ihr euch das erstmal in der Season einloggt. Also, das heißt, Season 5 Ende wird es kein Live-Event geben, sondern Anfang Season 6 wird es Live-Event geben. Des Weiteren, haben wir die Chance, das als Weltpremier zuzugucken. Mit unserer bisher aufwendigsten Story-Film-Sequenz. Da bin ich mal gespannt. Das Schicksal der Realität steht auf dem Spiel, weshalb wir euch vor dem Ende von Season 5 noch ein paar Tipps geben. Gebt euer Geld mal raus, Bettelpass, letzte Chance und und und. Ich bin mal mega gehypt. Mal gucken, was jetzt hier gemacht wird. In diesem Sinne, like doch dieses Video. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ciao, ciao.